Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von die Sims 4, der Bachelor-Challenge. Wir, ja, schreiten die Nacht der Rosen an, ähm, ja, allerdings müssen wir ganz kurz gleich mal schauen, was bei den Ladies so abgeht, was wir heute so machen. Ähm, ich muss leider heute mal cheaten, obwohl es geht eigentlich noch von den Bedürfnissen her, aber ich muss ja wahrscheinlich dann mit's ein bisschen länger machen, sonst hätte ich das über Testing Cheats einfach jetzt hochgeholt. Aber, ja, es geht ja noch relativ. So, heute Nacht der Rosen, es wird krass, es wird krass, vielleicht werden Favoriten sterben, vielleicht werden andere Leute sterben, vielleicht wird der Bachelor einfach sterben und dann werden ja alle Kandidaten lesbisch, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, morgen liegt hier Müll vor unserem Haus, bye. So, ähm, uns erwartet auf jeden Fall auch eine neue Kandidatin, bald, in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich, ne, also hier eine kommt, eine geht, das ist hier ein Bachelor nun mal so. Und dann bei der nächsten Nacht der Rosen wird's auch ganz schön abgehen, aber heute ist Mittwoch und der richtige Bachelor ist seit einer Woche vorbei, also, hey, wieso umarmt ihr euch? Ich dachte, ihr hasst euch. Ich weiß auch nicht so genau. Kann sie ihm jetzt nochmal so abweisen, ey? So, kann sie trotzdem nochmal ganz kurz ihm so die kalte Schulter zeigen, weil, das, das geht auch nicht, hallo? Die kalte Schulter zeigen, komm, du bist, du hast letztens, du kannst jetzt nicht wieder einen auf gut tun, ey. Weil, so, ähm, Bachelor-Tag ist ja heute, also, ne, so, Ex-Bachelor-Day, bald kommt ja auch Bachelor in Paradise, dauert ja noch ein bisschen, aber hey. So, komm, müssen wir ein bisschen abwerten, super, super, Jennifer, Queen, 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 du musst dich jetzt nicht ansprechen. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein paar Einzelgespräche mit euch führen, um vielleicht die Entscheidung noch ein bisschen zu verändern, deshalb würde ich mal gerne, ähm, mit wem würde ich denn gerne reden? Warum schliefen die jetzt schon? Die macht die, die ist, was macht die, ist die eingeschlafen vom Fernseher? So, same, so, same, ich kenne das Gefühl, ich schlafe immer ein, wenn ich Fernseh schaue. Egal, ich würde gerne mal mit dir reden, liebe Jessica, kommst bitte hier hinter, so, aufstehen. Und du kannst eben, falls du musst hier kein Fernsehen schauen, du redest jetzt mit der guten Jessica. Oh, die ist so hübsch, ich liebe die, ich liebe die alle hier, das ist so unangenehm. Ähm, ich weine immer, wenn jetzt, ab jetzt jemand geht, weil mittlerweile sind die mir alle so ans Herz gewachsen und ich heule dann mit euch gemeinsam. So, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mit den Quatschen, ähm, ein bisschen schauen, was so abgeht und so sagen, hey, küssen jetzt nicht an, oh Gott, süße Nichtigkeit flüstern. Ich glaube, das geht auch ein bisschen zu weit, aber, hey, ich wollte eigentlich nur ein bisschen, ja, ich wollte eigentlich nur ein bisschen so Tag verschönern und so einen Scheiß. Das ist einfach nur, damit die sich noch mal näher kennenlernen, über ihre Interessen reden und so, dass jeder halt so ein bisschen die Chance hat, noch mal mit dem Bachelor kurz zu labern und dann kurz zu schauen, passt es oder passt es nicht. Ähm, so, Kompliment über das Outfit machen, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Gesprächsstoff, so, sie ist auf dem Sofa eingeschlafen, so, same. Disco-Nickerchen, hallo, Mann, seit wann kann man denn hier ein Disco-Nickerchen machen, Mensch, voll cool. Ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, hey, quetsch dich mal dazwischen und du kannst dich gleich mal ein bisschen, ja, äh, verziehen, denn die Emily Walker möchte jetzt auch mal ran und ich weiß schon, wer dann danach direkt da hinkommen wird. So, Emily Walker, wie immer, wie immer, Emily Walker, äh, wie immer halbnackt auf dem Bachelor zu, aber die sind ja alle gefühlt halbnackt. So, ähm, dann laber den mal an, sag, hey, na, was geht ab? Polizistenwitz, wir sind nämlich super lustig, flirten. So, und jetzt, ähm, geht sie, oder was passiert mit ihr? Und, was passiert mit ihr? Geht sie gleich einfach, sag, so, mh, gar keinen Bock mehr. Und geht er gleich darauf ein, ich bin richtig gespannt, wird er darauf eingehen? Die halbnackte Emily Walker. Du redest jetzt nicht über deinen Lama, du siehst aus wie ein Lama, ne? So, kommt jetzt da heute noch der Flirt? Hallo, wo war der Flirt? Küssen geht's noch? Jetzt nicht. Ähm, flirten, ich möchte, dass die hier rumheult. Die Jessica. Ah, der Bachelor, der ist voll auf der Seite von der Jessica, so ein Scheiß. So, jetzt, und, oh, sie rastet aus. Sie so, ah, das geht so nicht. Und jetzt ist sie traurig und geht. Geil. Nein, 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 bitte geh wieder. Bitte geh irgendwo, dich verziehen und heul irgendwo. Guck mal hier, da kannst du dich hinlegen und ein Nickerchen machen nach der Rosenraum. So, ähm, der Bachelor, der muss jetzt nicht ins Bett gehen, weil wenn du jetzt müde sein solltest, wisst, ich mach das gerne über Cheats. Ich habe damit kein Problem, Testing, Cheats, true. So, und dann können wir euch nämlich, hey, nicht gehen. Dann können wir euch nämlich hochpushen. So, beziehungsweise kann ich euch hochpushen, weil alle pennen mich jetzt. Und das geht natürlich so nicht. Ähm, ihr müsst alle, ups, ihr müsst alle erwachen und glücklich sein und, ja, euer Leben genießen. So, die pennen alle auf der Couch, ey, die sind einfach eins zu eins ich. So, wo schläft die? Ach, guck mal, die schläft hier oben halbnackt. Super, das ist die Sarah. Jetzt habe ich zwar ein bisschen gecheatet, aber hey, was soll's? Ähm, Emily, du kannst auch aufstehen. Oh, die habe ich vergessen zu cheaten. So, hey, juckt doch niemanden, oder? Wir sind ja hier beim Bachelor, da müsste doch alles perfekt sein. Ähm, ich würde die gerne jetzt nochmal ans Feuer mit dem Bachelor setzen. Und das anzünden und, oh, hey, Sarah, na, was macht sie jetzt? Aufheben. Oh, die ist ja eine liebe Tolle. Die ist zwar immer so gut wie halbnackt und sie... Oh, Taylor, was machen die? Hat Taylor das umgetreten? Oh, da muss natürlich erstmal die Sarah kommen und das aufreffen, weil die beiden sind ja gute Freundinnen. Und dann kannst du das auch direkt wegwerfen. Ach, du bist super. Was passiert jetzt? Oh, shit, die schließen sich erstmal ins Arm. In die... Oh Gott, ins Arm. So, äh, in die Arme und da möchte ich jetzt aber mal ganz kurz... Ja, wir können gerne zusammen hier zum Feuer gehen. Ähm, noch einen Holzscheitel hinzuwerfen und uns mit der Emily erstmal hinsetzen. Die Taylor, die kriegt dann auch noch ihre paar Minütchen. Ist das zu nah dran? Oh, dann setzen wir uns einfach da hin. So, ähm, setze ich mit auf die Bank. So, und dann quatsch ein bisschen mit der Emily, weil... Hey, why not? So. So, ähm, Tag verschönern. Und setzt euch doch hin. Setz dich hin! Hey! Kennenlernen. Okay, setzt dich doch einfach da hin und plauder kurz mit ihm. Weil du wirst eh nicht lange mit ihm plaudern, denn... Es gibt da... Wow, Respekt. Es gibt da noch eine andere Person, die das vielleicht nicht ganz so geil findet. Ähm, dass ihr hier vielleicht miteinander redet, ne? So, und dass sie ihn jetzt vielleicht ein bisschen anmacht und ihn ein bisschen anflirtet. So, flirten. Und jetzt komm bitte, Sarah, komm. Komm her und bitch sie weg. Oh, geht's noch? Die macht den Mann an. Sarah, los, renn hin! Was heißt denn Mann? Das ist von jedem hier. Alter, Emily ist einfach so der Mann. Sie so, ich leg mal kurz den Arm um dich. So, okay. Okay, guck dich bitte nicht so creepy an, Alter. Uah. Okay, dann eben nicht. Ach, Mann. Ich dachte, ihr schlagt euch jetzt. Egal. Dann darf sie nochmal ran. Hier darf jeder mal ran, wie er möchte. Ähm, Tag verschönern. Und ein bisschen... ...bitten nur, Freunde zu sein. Oh, Mann. Die Arme. Äh, der Arme. Oh, Gott. Ähm, da kommt sie ja schon. Und dann kann auch noch Taylor mit ihr herkommen, weil... ...die versteht sich ja auch gut mit ihm. Was? Oh, Gott. Wenn sie das sieht, ne? Wenn sie das sieht, Freunde, dann... Oh, ich weiß auch nicht. Die sollen einfach nur alle ein bisschen freundlich zueinander sein. Und ein bisschen, ja... ...sich kennenlernen. Die kennen sich zwar alle, glaube ich, schon ganz gut. Aber hey, die beiden sind eigentlich beste Freundinnen. Und wieso sollten sie jetzt nicht zusammen ihren Mann erobern? Hey, wir teilen einfach den Bachelor. Wow, da kriegt jeder ein bisschen was von ihm ab oder so ähnlich. Wer hat denn jetzt noch nicht mit ihm geredet? Sie hier, ne? Die Jennifer. Ja, ich glaube, die möchte gar nicht jetzt mit ihm reden vor der Nacht der Rosen. Ähm, die wird einfach schauen, was passiert. Ähm, und der Bachelor muss eher schauen, was passiert, weil... ...sie hat sich ein bisschen von ihm abgewandt in der letzten Folge. In der vorletzten Folge? In der letzten Folge? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube in der... ...vor... Ach, ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich ein bisschen abgewandt. Und deshalb, ja, müssen wir... ...sie jetzt mal nicht beachten. Wow, wie asozial sind wir bei dem Antispaar. Müssen wir sie heute einfach nicht beachten. Hey, sie kann jetzt einfach gehen. Ähm, Holzscheitel hinzufügen. Komm, fügt mal noch ein bisschen was hinzu, meine Liebe. Und dance nicht die ganze Zeit mit der Emily. Nur weil ihr gleich... ...ungefähr gleich lange Haare habt. Und beide ein bisschen creepy seid. Nein, creepy seid ihr beide nicht. Aber sie ist ein bisschen... ...sie ist ein bisschen creepy. So, okay, dann schmeiß ein Holzscheitel drauf, meine Liebe. So. Ja, und jetzt vielleicht noch ein, damit du ein bisschen mehr. So, perfekt. Und jetzt kann die Taylor mal rüber gehen. Was machen die jetzt? Nein, geht nicht. Oh, nein. Okay. Ja, Bachelor, das war jetzt falsch. Ich hätte eigentlich auf ihn klicken sollen. Was macht denn er jetzt? Hände waschen. Er rennt so los. Scheiße, ich muss Hände waschen. Äh, wo kann ich mich denn jetzt mit der guten hinschillen? Ich bräuchte noch einen Whirlpool. Aber hier ist nirgends noch ein Platz für einen Whirlpool. Oh, so ein Scheiß. Äh, man könnte ihn nur so in so eine Ecke hier stellen. Das würde halt einfach komplett kacke aussehen. Oder man stellt ihn... Sekunde, das teste ich ganz kurz. Dann können wir nämlich auch im Whirlpool chillen. Haben wir genug Geld? Ja, wir sind rich bitches. Whirlpool. So, es gibt ja nur zwei, wie groß sind die? Hier würde eigentlich einer voll gut hinpassen. So, dann entfernen wir das. Und diese Lampe verrücken wir einfach ein bisschen. Wie fände wir jetzt verrückt? Dass so zwei Platz ist. Oder? Ne, warte mal. Die ist in der Mitte und die ist auf so einen Strich. Wie wir. Wir sind auch auf dem Strich. Ähm. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, dass ich... Ist mir auch gerade egal, ob das symmetrisch ist. Oder nicht? Ich möchte einfach bloß einen Whirlpool hier haben. So, dann können wir das nämlich jetzt vom Whirlpool aus abmessen. So, dann kann das hier hin. Und das hier hin. Ne, das passt nicht. Och Gott. So. Passt das so? Ne. Echt? Dann stellen wir es lieber hier hin. Passt das jetzt? Ne. Egal, Leute. Hey. Ist doch egal. Ist egal, ob das jetzt passt oder nicht. Ich will es einfach nur... Machen wir so. Ähm. Ich möchte einfach nur... Das... Können wir die nicht direkt nebenan stellen? Oh, das sieht ja scheiße aus. Machen wir wieder zurück. Ähm. So, ich möchte einfach nur, dass wir einen Whirlpool haben. Denn dann können wir auch ein bisschen mit... Techtelmechtel. Hallo? Nein. Dann können wir ein bisschen mit der April reden. Denn... Nackt baden geht's noch. Hallo? Lichtfarbe einstellen. Bisschen rot, ne? Oh, wow. Ähm. Bisschen das gute Puffrot ausgepackt. Und dann könnt ihr auch schon da reinsteigen. Hey. Na... Oh, da kommt der angelaufen. Wie so ein Macho. Kommt da angelaufen. Oh, ich bin der Bachelor. Hallo. Ich klär mir jetzt die Pitches im Whirlpool. Äh. So. Kompliment machen. Und das wird ja eh nicht mehr so lange dauern. Weil wir werden gleich in die Nacht der Rosen schneiden. Schneiden? Äh. Einsteigen. Oh Gott. Ist ja egal, was ich meine. Ähm. Schmeichel. Ciao, Bachelor. War schön mit dir. Hehe. War echt schön. War's das jetzt? Redet ihr nicht miteinander im Whirlpool? Okay. Dann lasst es halt, ne? Dann... Dann lasst es halt. Das ist... Was? Okay. Dann... Dann macht es mal, ne? Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt gleich nach einer kurzen Werbepause. Und ich werde euch gleich wieder reinschneiden, wenn es, ja, zur Rosenvergabe kommt. Und dann werden die Ladies keine Annahmen der Batchel etwas Schickes anhaben. Und wir schauen, wer eine Rose bekommt und wer keine bekommt. Also bis gleich nach der Werbung. Herzlich Willkommen zurück zur Nacht der Rosen. Nummer 4 müsste das, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich hoffe mal. Ähm, ja. Wir streiten jetzt die Nacht der Rosen an. Draußen ist es dunkel. Ja, noch. Die dauert ja immer 80 Jahre, ne? In Sims. Ähm, ja. Wir vergeben heute wieder die Rosen. Beziehungsweise der Bachelor. Hallo. Ähm, vergibt heute die Rosen. So, wie ihr das bestimmt habt. Ähm, zumindest hoffen wir das mal. Solange jede hier eine Rose annimmt. Man weiß es ja nicht. Aber ganz kurz nochmal. Wer ist denn überhaupt da? Hier ist der Bachelor. Und dann switchen wir mal raus. Denn hier draußen sitzen, äh, erwartungsvoll schon die Sarah und die Taylor. Blond und Blonder. Ähm, ja. Sarah mit einem super auffälligen oder auch unauffälligem Look, ne? Die Taylor in einem super schönen, süßen neuen Kleid. Die Sarah, die haben wir auch noch nicht in diesem Outfit gesehen. Dann switchen wir mal rüber. So, da sitzt die Jennifer und die April. Ähm, die Jennifer hat ebenfalls ein neues Kleid. Ich hab die nämlich mal umgestylt. Und ich dachte so, hey, komm, neue Nacht der Rosen. Bisschen anderes Outfit muss mal ran. Und hier drüben sitzen Emily und die traurige Jessica. Nein, doch, Jessica hieß sie. Und, ja. Diese sechs Ladies, die ihr jetzt hier gerade nicht seht, da hinten sind noch zwei. Ähm, diese sechs Ladies warten auf eine Rose. Nur von uns bekommen eine Rose. Und das wird das letzte Mal jetzt sein. Ähm, nicht ganz das letzte Mal. Oh Gott, das war falsch. Das wird jetzt, ähm, erstmal sein, wo jemand nur, wo eine Person nur keine Rose bekommt. Nächste Woche bekommen dann vielleicht zwei sogar keine Rose. Man weiß es nicht. So, wir schauen mal. Ich switch mal wieder zurück zum Bachelor. Halli, hallo, hallo. So, wir sagen mal, wer die erste Rose bekommt. Denn die erste Rose bekommt eine Frau, mit der der Bachelor, glaube ich, sehr viel Spaß die Woche hatte. Und, ähm, der Bachelor, und ich rede mal ganz kurz für ihn. Also, ich möchte die Rose gerne an eine Person geben, mit der ich ein sehr schönes Einzeldate hatte. Und zwar in den Klippen. Und wer sollte es anderes sein, als die Sarah? Sarah, komm bitte rein und nimm die erste Rose entgegen. Mein Gott, ey, die allererste Rose, Leute, kriegt die Sarah heute an dem Abend. Hey Sarah, na, wie geht's? Heißes Outfit, du Schnitter. Ähm, sorry. Ähm, so, dann würde ich jetzt mal sagen, hey, wo kann ich denn hier eine Rose anbieten? Hier, so, nimmst du diese Rose an vom Bachelor. Und sie nimmt sie an und ist damit in der nächsten Runde, so wie ihr das wolltet. Yay, dann Sarah darf ich dich eigentlich auch direkt schon wieder bitten, dass du dich bisschen hier zisch mal ab. Denn du bist weiter und du darfst in der nächsten Woche, beziehungsweise in den nächsten Folgen auch noch um den Bachelor kämpfen. So, der Bachelor bleibt allerdings dort. So, hör auf, mit der zu reden. Ähm, und ja, wir werden jetzt doch schon gleich die nächste Rose vergeben. Die nächste Rose machen wir es, ja, so kurz wie möglich. Kriegt eine Frau, die, ja, die der Bachelor, glaube ich, sehr gerne mag. Die hier auch öfter mal für Konfro sorgt und, ha, wer sollte es anderes sein als, da, da, es ist, wo ist sie denn? Da, Emily Walker. Sie darf auch noch in den nächsten Tagen um den Bachelor kämpfen. Deshalb komm bitte rein und nimm gerne die Rose vom Bachelor entgegen. Denn, vielleicht ist es deine letzte. Man weiß es nicht, denn solange du noch hier bist, solltest du mit voller Elan. Und ja, sie kommt, glaube ich, auch mit voller Elan hier rein und dance den Bachelor erstmal an. Aber hey, why not, Leute, why not? Und dann kriegst du auch mal hier die Rose. Möchtest du diese Rose annehmen? Und sie dir natürlich direkt, yes, ja, ich will. Und damit darf sie auch an den Tisch der Verzweiflung, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, an den Tisch der Kandidatinnen, die weitergekommen sind. Es sind ja bis jetzt nur zwei, aber es kommen ja noch drei weitere hinzu. Und die dritte Rose geht an eine Person, mit der der Bachelor, ja, würde ich mal sagen, ein paar gute Gespräche hatte. Sie kennen sich jetzt noch nicht allzu lange, aber sie sind anscheinend auf einem sehr guten Weg. Denn beide verstehen sich super. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus die große Beziehung. Die beiden waren heute schon im Whirlpool. Also, wer könnte es anders sein als die liebe April? Deshalb, komm bitte rein, April, und hol dir deine Rose ab. So, lange du sie willst, natürlich. So, komm mal rein, meine Gute. Sie hat sogar ein Kleidchen an. Das hatte sie, glaube ich, letztens nicht, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hey, April, wie geht's dir? Ich würde gerne eine Rose geben, also bitte, nimm sie doch an. So, nimmst du die Rose an? Und natürlich sagt sie direkt ja, denn anscheinend steht sie ganz gut auf den Bachelor im, ja, sonnenfarbenen Kleidchen. Hat sie ihm ein bisschen den Kopf verdreht, sind schon ein bisschen in romantischer Action, aber noch nicht ganz so stürmisch, wie das hier andere eben so sind. Aber okay, deshalb kann sich die gute April auch schon rüberschwingen in die Küche. Da, wo sie ihn gehört! Was? Und sich hier hinsetzen. Warum ist sie denn auch so? Sie ist angespannt, weil da überall Menschen sind. Kann ich verstehen. Dann würde ich jetzt einfach gerne mal die April hier hinsetzen, zu den anderen dreien, denn Emily und Sarah sind ebenfalls weiter. Und jetzt gibt es nur noch zwei Rosen und es gibt nur noch drei Kandidatinnen. Das ist die Taylor, die Jennifer und die Jessica. Uiuiuiuiui, wer fliegt denn hier raus und wer darf noch eine Woche weiter um den Bachelor kämpfen? Das erfahren wir gleich. Die vorletzte Rose geht an eine Dame, mit der der Bachelor, ja, Ups und Downs hatte, würde ich mal sagen. Aber er hatte, ich glaube, bis jetzt, glaube ich, auch nur ein Einzeldate, oder? Täusche ich mich gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch nicht so viele Dates hatten die beiden miteinander. Bei Gruppendates ist es manchmal ein bisschen übergeschnappt. Aber hey, auch das muss eine Chance bekommen. Und deshalb bekommt die vorletzte Rose eine von diesen drei. Oh, man sieht sie gerade gar nicht, ja. Okay, vergesst es. Nochmal eine von diesen drei blonden Damen da hinten. Und zwar ist es die eine, die gerade von der Lampe verdeckt wird. Liebe Jessica, würdest du deinen Arsch zu uns schwingen? Ich glaube, so würde das der Badlight nicht ganz so formulieren, ne? Aber hey, komm doch bitte zu uns. Denn du bekommst die vorletzte Rose. Oh mein Gott. So, okay. Hi, na, wie geht's dir? So, ich möchte dir gerne die vorletzte Rose anbieten. So, nimmst du diese Rose an? Und natürlich nimmt sie sie an. Oui, okay. Interessant. Sie ist auch wieder glücklich und hat ihr ganzes Leid direkt vergessen. Und damit ist auch unsere, ja, knuffige Jessica in der nächsten Runde. Und jetzt heißt es Taylor vs. Jennifer. Wer darf in die nächste Runde? Ähm, ich schicke erst mal die gute Jessica hier rüber zum Tisch. Ähm, zu dem Tisch der, ja, der weiterkommenden Damen. Bis jetzt auch nur eine richtige Blonde jetzt dabei, ne? Durch die Jessica. Eine fliegt heute raus. Okay, aber welche wird es sein? Das erfahren wir gleich. So, Leute. Es ist wieder dunkel beim Bachelor und wow. Jetzt kommen wir zur letzten Rose. Und das ist halt echt eine der riesigsten Überraschungen für mich. Ich so, what the fuckers, ob das jetzt ernsthaft passiert ist. Also ich hab echt gerade ein bisschen kalte Hände, muss ich sagen. Ähm, ja. Wer lacht denn am Hintergrund, Mensch? Haha, es sind die beiden. Oh, hier steht falsch rum. Egal, hey. Ja, die steht halt ein bisschen falsch rum. Aber hey, Taylor und hey, Jennifer. Die beiden fehlen jetzt noch rot und blau. Ihr seht super schön aus. Und für eine von euch geht es jetzt leider nach Hause. Mir persönlich tut es sehr leid. Ich mochte beide super, super gerne. Und ich hab mir, glaube ich, jetzt ausgemacht, dass ich die nächsten Voting-Eingebnisse nicht anschauen werde, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Rosen vergebe. Also da werde ich das zum ersten Mal sehen und da werdet ihr dann sogar meine Live-Reaktionen sehen. So wusste ich ja mal schon vorher, wer rausgewählt wird. Und ich glaube, das will ich beim nächsten Mal nicht machen, damit ich noch geschockter bin vielleicht. Oder halt auch nicht. So, äh, sorry, ich wurde gerade kurz unterbrochen. Und zwar von meinen Eltern. Also, hey, liebe Grüße an euch. Ähm, ja. Ich werde jetzt gleich Play drücken und dann werden wir sehen, wer die letzte Rose bekommt. Ist es Taylor oder ist es Jennifer? Ich glaube, so spricht man das politisch korrekt aus. So, dann werden wir mal schauen, wer ins Bild gelaufen kommt. Es ist Jennifer. So, liebe Jennifer, nimmst du meine letzte Rose an? So, Rose anbieten. So, nimmst du die Rose an? Hups. Sie hat sie abgelehnt. Was? Oh mein Gott. Sie hat ihnen letztens schon einen Korb gegeben und jetzt wieder für den Bachelor und für sie anscheinend eine, ja, nicht so tolle Situation und für Taylor gerade auch nicht so eine tolle Situation, wenn sie eigentlich sieht, dass sie gerade eigentlich rausgeflogen wäre. Dann fragen wir sie gleich mal, ob sie die letzte Rose haben will. Oh mein Gott. Und wir schicken Jennifer mal ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell. So, liebe Taylor, komm bitte zu uns. Dann würde ich dir gerne die letzte Rose geben. Wow. Okay. Wer hätte das gedacht? Sie ist auch schon gegangen. Die Jennifer, die ist raus aus dem Haus und steht irgendwo da vorne. Sie stand irgendwo da vorne. Sie ist jetzt irgendwo anders. Egal. Vielleicht sucht sie sich ja einen neuen Bachelor. Hey, Taylor. Oh Gott. Deren romantische Beziehung hat echt gerade unter diesem, unter diesem Enttäuschend gelitten. Oh mein Gott. Was? Wer bekommt jetzt die letzte Rose für den heutigen Tag? Oh mein Gott. Es ist Taylor natürlich. Aber nimmt sie die Rose auch an? Das ist eher die andere Frage, ne? Ähm, hey Taylor, nimmst du die Rose an? Und sie nimmt die Rose an. Damit ist Taylor noch im Rennen. Und holy fuck, Leute. Was war das bitte für eine Abstimmung? Ich war so schockiert. Und das muss ich euch jetzt unbedingt noch sagen. In den letzten Minuten, hier am Ende. Mich würde es natürlich erstmal riesig freuen, wenn euch der Part gefallen hat. Dann gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Die Jennifer hat direkt weggeschickt. Ähm. Wieso, weshalb, warum. Das ist natürlich alles hier ein bisschen, ne? Ja. Wir schauen ganz, ganz kurz mal die Abstimmung an. Die blende ich euch jetzt links ein. Und die war ja wohl mehr als krass. Normalerweise ist es ja immer so, from zero to hero, ne? Und bei Taylor ging das irgendwie genau andersrum. Da war es from hero to zero irgendwie. Denn in der Abstimmung, wer soll keine Rose bekommen, hat Taylor die meisten Stimmen bekommen. Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich dachte, ich hab, also ich hab Taylor vielleicht nicht als Gewinnerin ganz gesehen. Aber, ich hab sie auf jeden Fall relativ weit vorne gesehen. Und an Sharin hat ihr die Ohrfeige so Millionen Punkte gebracht. Wow. Äh, Taylor hat insgesamt 3000 Stimmen bekommen, das die raus soll. Das sind 35%, Leute. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ey, das ist so heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Sonntag ist sie immer so 5% oder so. Und jetzt so 35. Wow. Ähm, als zweites war die April West mit 25%. Danach die Emily Walker, die raus soll, mit 8, nee, mit 17%. Dann die Jennifer Smith, die ja gerade den Haar, äh, diesen, äh, Hahnen, ne, wie nennt man das hier? Hühnerstall, Hühnerstall, das wollte ich sagen. Freiwillig verlassen hat, die die Rose vom Bachelor nicht angenommen hat. Die beiden verstehen sich anscheinend echt gut. Wieder, ähm, ja, aber, ne, Jennifer Smith, eigentlich relativ wenige Stimmen. Sie hatte nur 682, dass sie raus soll, aber sie ist halt, ja, doch freiwillig gegangen. Ja, gut. Jessica Davis, ähm, zweitwenigsten Stimmen mit 669 Votes, hat knapp 8% und durfte damit auch weiter. Und ganz krass weiter, das hat mich echt gewundert. Sarah hatte die wenigsten Stimmen bekommen. Das heißt, Sarah wollte dir unbedingt weitersehen mit gerade mal 570 Stimmen. Das sind 6,7%. Hallo? Damit hätte ich persönlich nie gerechnet. Wow. Wow, okay, das waren die krasseste Nacht der Rosen, die ich bis jetzt hatte. Ähm, wir sind gespannt, wer in der nächsten Folge dazukommt, denn es kommt ja eine neue Person. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Wir hören uns bis dahin. Ähm, ja, bleibt gut drauf und habt noch einen schönen Tag. Ihr kennt das ja rechts oben, könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Links oben findet ihr das letzte Bachelor wieder unten drunter die Playlist. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr findet, dass Taylor noch dabei ist. Und seid ihr eher Team Taylor oder sagt ihr eher Team Anti-Taylor? Oh, lasst mich das gerne mal wissen. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.